So, willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dünnschüss, äh, der Dicke. Ich habe eben das schon mal versucht aufzunehmen, habe mich da kurz versprochen, habe dann gedacht, ach nee, mach's das lieber nochmal neu, aber irgendwie ist es jetzt trotzdem hier drin gelandet. Eine neue Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge, Pokémon Go, eine Infofolge, man, was denn noch alles, das wird ja immer komplizierter. Aber eigentlich sollte heute also, wie gesagt, der Community Raid mit Katagami stattfinden, Hannes kommt aber morgen und ich hätte gern, dass Hannes im Video dabei ist, deswegen verschieben wir den auf morgen. War auch gut, denn heute sind zwei neue News rausgeflattert, die wir euch beide heute zeigen wollen, direkt am Donnerstag. Ist heute überhaupt Donnerstag? Ja, heute ist Donnerstag. So, Käferkrabbelei haben wir angekündigt im letzten Video, jetzt geht es um den Raid-Tag mit Mega Scaraborn. Dem möchte ich ein extra Video widmen, denn die Käferkrabbelei hat kein Ticket, aber der Raid-Tag mit Mega Scaraborn, der hat wieder ein Ticket. Und ihr wisst, ich bin Free-to-Play unterwegs und ich investiere keinen Cent mehr in dieses dreckige Spiel, aber die letzten Raid-Days, die waren, haben mega Bock gemacht, waren richtig genial. Selbst wenn du nur deine sechs freien Pässe oder mittlerweile halt sieben, weil wir ja zwei freie Pässe in der Season haben, plus fünf zusätzliche am Raid-Tag sind dann sieben statt sechs. Selbst wenn du nur die sechs oder sieben Pässe wegmachst, hast du Spaß und hast eine kleine Tour und kannst einfach mal machen, ohne dass du was kaufen musst. Aber die letzten Raid-Tage waren ja so, dass die Zuschauer sich gefreut haben, wenn ich streame, das unterwegs mache, mitmachen konnten, haben mir ein Raid-Tag-Ticket gesponsert. Und so hatte ich dann ja 15, 14 oder 15 freie Pässe und wir haben sogar zwei Stunden lang durchgestreamt, unterwegs, haben Proto-Kiyoko gemacht, Proto-Growdon. Das war richtig cool. Jetzt kommt ein neues Pokémon. Eine neue Mega-Entwicklung. Also, Scaraborn gibt es ja schon länger, aber nicht bei uns. Jetzt gibt es Mega-Scaraborn das erste Mal. Es gibt zwar auch Mega-Scaraborn normale Mega-Raid während der Käfer-Krabbelei, trotzdem hat es zusätzlich diesen Raid-Tag, wo es halt im Vordergrund steht und man drei Stunden lang Mega-Scaraborn raiden kann mit erhöhter Shiny-Chance, Shiny-Rate. Und die meisten Leute feiern das Pokémon sowieso. Feiern wahrscheinlich sogar die Mega-Entwicklung. Es sieht nämlich einfach aus wie Mega-Man. Und das Shiny wird erst recht gefeiert und ich habe so Bock auf dieses Pokémon, da was zu machen, zu gucken. Ich werde jeden Tag meine zwei freien Raid-Pässe für Mega-Scaraborn opfern. Die poste ich dann immer in die Raid-Gruppe rein, bei Telegram. Link in der Beschreibung, bla bla bla. Aber ich freue mich auf den Raid-Tag. Ich hoffe, das Wetter passt und ich würde dann wieder unterwegs sein und zwei Stunden lang vor Ort im Stream meine Raid-Pässe wegmachen. Wenn ich ein Ticket habe, 15. Wenn ich kein Ticket habe, 7. Auf jeden Fall wird der Raid-Tag mitgenommen. Ist das Ding überhaupt nützlich? Ich weiß es nicht. Wann ist denn der Raid-Tag? Raid-Tag mit Mega-Scaraborn. Samstag, der 13. April. Die Käfer-Krabbelei ging am 12. los? Geht? Freitag? Samstag? Okay, einen Tag später. 13. April, Mega-Scaraborn. Mega-Scaraborn erscheint in Pokémon Go zum ersten Mal in Mega-Raids. Mit Glück könnt ihr einem Shiny begegnen. Event-Boni. Die Fan-Raids werden auf 20 pro Tag erhöht. Normal ist momentan ja 5 möglich. 5 Fan-Raids pro Tag kann man machen. Während des Raid-Days oder dem Wochenende da sind es dann 20 pro Tag. 5 kostenlose Pässe wieder dazu. Die Shiny-Rade ist erhöht. Wenn zwei oder mehr Trainer erfolgreich einen Raid-Kampf vor Ort bestreiten, erscheinen 15 Minuten lang mehr Pokémon im Umkreis der Arena, in der der Raid-Kampf stattgefunden hat. Das ist ein Event-Boni, der direkt für die ganze Käfer-Krabbelei gilt. Jetzt aber auch hier natürlich funktioniert am Scaraborn-Raid-Day. Webstore, Hyper-Ticket-Box für Scaraborn. Das interessiert mich nicht. Das lasse ich weg. Wenn ihr im Webstore regelmäßig unterwegs seid, wisst ihr ja sowieso, was da für Angebote sind. Ich kann mir ja eh nichts kaufen, also gucke ich da nicht rein. Aber das Event-Ticket, weil das ist ja was, was man auch verschenken kann. Für 5 US-Dollar könnt ihr ein Ticket erwerben, das die folgenden Boni gewährt. 8 zusätzliche Pässe für das Drehen der Fotoscheiben von Arena. Erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons für Raid-Kämpfe. 50% mehr EP für Raid-Kämpfe. Doppelt so viel Staub für Raid-Kämpfe. Die Boni gelten am Samstag, dem 13. April von 14 bis 22 Uhr. Ihr könntet also auch sagen, okay, ihr kauft das Ticket für Scaraborn. Ihr nutzt die Pässe, die 8 zusätzlichen, aber nicht für Scaraborn. Wenn das 17 Uhr weg ist, habt ihr von 17 bis 22 Uhr noch Zeit, den momentanen Fünfer dann zu machen. Der dann wohl aber Caputoro ist, zu dem Zeitpunkt. Also ihr könnt die auch andersweitig nutzen. Ihr könnt auch Raupi-Raids machen, wenn es Raupi-In-Raids gibt zu der Zeit. Ich habe auf jeden Fall Bock auf den Raid-Day. Raid-Days sind für mich das absolute Highlight. Community-Days waren sonst immer cool, aber mittlerweile, muss ich sagen, sind die Raid-Days das, worauf ich mich am meisten freue. Werdet ihr euch das Ticket holen? Habt ihr Bock auf Mega-Scaraborn? Habt ihr schon einen Shiny-Scaraborn vielleicht? Schreibt es immer rein, mal gucken, ob ich eins kriege. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.